Hey Freunde! Willkommen wieder zu einer neuen Demo-Vorstellung. Ich konnte hier nur bei diesem schönen Roboterspiel nur deine Herausforderung annehmen. Und das Spiel wird im November erscheinen. Dieses Jahres noch. Außer es wird verschoben. Und es ist halt eine Early Access. Irgendwo anfangen. Dein Ziel ist einfach. Du hast 10 Tage Zeit um 100 verpackte Herausforderungen. Verstanden. Schlesien. Okay, kenne ich mich hier. Ah, nee, ich kann mich nur... Okay. Lager. Was ist das? Was ist das? Okay. Bestätigen. Beginn mir mit deinem Helfer. Du brauchst einen Arbeiter. Hier. Ein Tippe. Nutze Profil. Option. With. Räume. Taster. Taster. Pflanzen. Batterienlager. Chemie. Kaffeepause. Dekoration. Hammer. Krieg ich da jetzt einen Robber? Nee, ich bin blöd. Tippe. Tippe. Und Notiz. Und Notiz. Um ihren Arbeiter zu optimieren. Das ist ja... Danke. Ach hier. Ah, da haben wir's doch. Einstellen. Dann hier noch Robi. Hallo Robi. Dann sag ich noch mal Robi. Baue. Warte mal. Bauen wir's. Da waren wir doch. Hier. Sauerstoff. Ein Raum. Bau einen Raum. Räume. Hier. Bau eine Kurier. Door. Ich würd nur sagen. Raum ist egal. Können's nicht bauen. Der Witz ist. Aber das kann ich bauen. Ähm. Geht grad nicht. Weil ich glaub ich das Zeug entfernen muss. Ah. Hä? Wie krieg ich aber das hier weg? Hm. Ach, vielleicht erst mal das bauen. Und dann vielleicht... Ne, warte mal. Mach hier rüber. Räumen. Ah. Wie blöd. Du bist doch einer Bau. Fähigkeit Bau. Kann ich dich... Ja, bau das. Bau eine Sauerstoff. Sauerstoff-Station. Wo stellt man die hin? In den Raum vielleicht, wenn er fertig ist. Könnt sein. Ach ja, guck. Da stellen wir... Ich sag mal hier, die Sauerstoff. Bau ein Temperatur. Temperatur. Und bau ein Luftfeuchtigkeits. Also hier noch. Luftfeuchtigkeits. Bau eine Samenhersteller. Samenhersteller. Ein schlechter Tag. Du hast verloren. Ja, das passiert öfters jetzt. Bau einen WIG-System. Bauer einen verpackt V. Dahin. So. Bauer einen weiteren Raum. Okay. Kann ich wirklich die Räume nicht zueinander hauen? Ne. Jeder scheint wirklich nicht. Dann würde ich sagen, wir bauen mal hier so ein... Oder wir bauen einen Kofi. Ich mach mal. Warte mal. Oh Gott. Ne. Ne, 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 ne. So. Zack. Das da bauen wir. Dann holen wir uns einen Raum. Und... Das geht nicht. Dann müssen wir das... Das abreißen. Ah, ne, warte mal. Das machen wir anders dann. Dann nehmen wir den. Und klatschen den hier ran. Bauer einen Verkaufsautomat. Was ist der mit hier? Verpack... Verpackungsstation. Kleine Batterie. Nein, hier rüber. Ladestation. Ach, da drüben. Kleine Batterie. Machen wir das doch. Drücken Sie P um Benutzer defilieren an. Ah, okay. Ich kann aber hier nicht rüber mehr. Ah, anscheinend kann ich hier nur rumswitchen. Hey, wie komme ich aber dann hier rüber? Ach, so kann man sich... Okay, ich habe es ja ausgefunden, wie man sich dreht. Dann würde ich sagen, wir drehen uns so, ja, ein bisschen nur... Oh, so. Genauso. Dann würde ich sagen, wir bauen weiter. Wir müssen ja produzieren. Also wir bauen... Ich weiß gar nicht, wie gut das... Ne, das bringt nichts. Oh, ich drücke immer das Falsche. Ich bin blöd. Wir bauen das so. Dann bauen wir... Hier geht nicht, das ist der Eingang dann. Okay. Ich kann hier irgendwie nichts mehr rein platzieren. Diese Einrichtung passt nicht in diese Art von Raum. So. Vielleicht produzieren wir dann ein bisschen mehr. Ich muss anscheinend diese... Ich habe keine Ahnung, wie ich hier rüberkomme. Ach so. Gruselig. Ähm. Ah. Lagerung. Okay. Kaufen. Verkaufen. Die Forschung haben wir hier. Strom. Das ist Geld. Jetzt ist die... Erhöhen mal. Plans. Plans. Lagerung. Kaufen. Das kann. Lagerung. 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 Ach so steuert man das. Ein schlechter Tag. Du hast 7000 Ballonen. Aber warum verliere ich? Wie kann ich dich auffüllen? Ach benötigt Samen. Sag es mir doch, du Spiel. Kaufen. Kaufen. Menge. Zwei. Bestätigen. Kaufen. Das da. Kaufen. Menge. Zwei. Bestätigen. Jetzt drehen wir uns mal kurz. Rein. Samen. Kohl. Okay. Das funktioniert doch. Wenn man das mal raus hat. Kaufen. Kaufen. Diese Umgegebungsbedingungen des Raumes weicht von den. Ich kann kein Kohl. Kaufen. Dann muss man das entfernen. Dann muss man etwas draus machen. Dann muss man ja nicht sagen, der Erdbeer nehmen. Und pute. Okay. Warte mal. Gibt es hier keinen Raum, der was doppelt hat? Da glaube ich auch kein Geld. Oder ist nicht erforscht eher. Dann würde ich sagen, ich brauche hier. Ich baue mal diesen Raum. Was muss ich denn für diesen Raum eine... Brauche ich erstmal... Nee, hier das da. Samenhersteller. Brauche ich nicht. Ich brauche Produktion. Hier das da. Eins. Ach nee, ich kenne es glaube ich hintereinander. Glaube ich das Platz hin, oder? So. Geld ist niedrig. Ich weiß. Jetzt müssen wir warten. Jetzt können wir hier... Vorgegeben. Erdbeeren einpflanzen. Den billigen. Die Umgebung... Okay, was braucht ihr? Warm, feucht und sauerstoffreich. Reparatur, Sauerstoff und Feuchtigkeit. Warum, die kann ich das alles noch platzieren? Sauerstoff höchstens. Jetzt müssen wir halt warten, bis wir Geld wieder kriegen durch die ganze Protektion hier. Aber was habe ich hier als erstes angehört? Und Feucht. Wir brauchen halt auch noch Feucht. Hier wird Erdbeeren verkauft, oder? Warte, geht jetzt blöd. Nee, Erdbeeren. Wahrhaftig Erdbeeren. Erdbeeren? Ich habe wirklich nur noch 60 übrig. Alter. Wie viele Nachrichten. Ja, okay. Lass das mal. Guter Tag, du hast Geld gemacht. Aber immer noch Schulden. Warum? Das ist kein Geld mehr. Ja, warum habe ich Schulden gemacht wieder? Warte, wir drehen uns mal. Ich würde sagen, wir... Ja, Freunde. Wenn euch das erste Mal... Die erste Folge... Ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob ich noch mehrere dazu machen will. Weil es gibt halt fast nichts dazu. Außer halt das hier. Also, wenn euch das gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da und ein Abo. Für mehr Videos on commer soient. Auf, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020